Schöne Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ganz so wunderbar wird es dann doch nicht. Gerade, glaube ich, für meine männlichen Mitmenschen könnte es hier eine ziemlich unangenehme Nummer werden. Ich möchte an der Stelle nämlich nochmal ganz kurz gefragt haben, wieso habe ich eigentlich scheiß Kopfhörer an, wenn ich mir nur Bilder angucke? Ich verstehe es bis heute nicht, warum ich immer wieder diesen gleichen Fehler mache. Hat mein Gehirn irgendwelche schwerwiegenden Fehler? Ich weiß es nicht. Meine Freunde, wir schauen uns heute ein ziemlich, ja, wie soll ich sagen, ein ganz besonderes Subreddit. Und zwar heißt es, slash R, don't put your dick in that. Ich, also, äh, der ein oder andere kann sich sicherlich schon denken, was in diesem Subreddit vor sich geht. Es geht um Dinge, wo man nicht sein bestes Stück hineinstecken sollte. Denn sonst passieren damit Dinge, die man nicht möchte. Und ich weiß überhaupt nicht, wie Leute überhaupt mit so einer Sache, also, wie, wie kommt man auf sowas, sowas irgendwie, ja, ich, ich bin einfach verwirrt. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die ganzen Bilder an und, ähm, also, ich habe wirklich keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe Thomas nur den Link davon geschickt und gesagt, ey, such mir da mal bitte Bilder raus. Und, ähm, ja, ich würde einfach gerne wissen, wo man nicht unbedingt sein Pimli reinsteckt. Ich bin absolut gehypt. Let's go. Schauen wir das erste Bild an, meine Freunde. Und, ja, hier sehen wir, oh Gott, Alter. Okay, also, es geht um vermeintliche Dinge, die eventuell aussehen könnten, wie das, wie der Counterpart des männlichen Geschlechts, in dem entsprechend das weibliche Geschlecht, wie eine Vagina. Wo man aber natürlich sein bestes Stück nicht reinstecken sollte. Nur, um das nochmal zu erläutern. Und er schreibt hier oben Think Discounts. Und ich glaube, das zählt tatsächlich ganz gut. Denn die Kinnfalte von Donald Trump, die ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich, äh, ja. Also, sie sieht nicht unbedingt einladend aus, aber sie hat ein Stück, wie macht man so ein Video, ohne dass es entmonetarisiert wird, Leute? Kann es mir jemand erklären? Ja, so, ja, da, also, da wisst ihr auf jeden Fall schon mal, steckt da euren Pimli nicht in Donald Trumps Knie, äh, Kinnfalte, genau. Ja, hier haben wir eine Thick Strawberry, meine Freunde. Eine Erdbeere, die eventuell aussehen könnte, wie der weibliche Popo an der Stelle hier. Mit guten, durchtrainierten Waden und einer wunderschönen Rundung. Ähm, auch an der Stelle, steckt bitte nicht euren, äh, euer bestes Stück in Gemüse oder in Obst rein oder sonst was. Also, dafür ist es einfach nicht, es gibt genügend andere Dinge, aber da bitte nicht, okay? Das, also, sollte ja im Menschenverstand eigentlich schon so weit verankert sein, dass man das wissen sollte, ja. Hier haben wir, mh, 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 ekelhaft, okay. Irgendwie muss ich da ganz dort an Mo denken, ich, äh, da kann ich die Story aber nicht so erzählen. Jetzt schreibt jemand, found this weird sock under my brother's bed. Ja, ähm, das ist an der Stelle, glaube ich, keine Socke tatsächlich. Also, auch wenn die tatsächlich unter dem Bett deines Bruders liegt, wer kommt auf die Idee, eine Socke, die man unter dem Bett des Bruders sieht, anzuziehen? Und ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass das keine Socke ist, sondern tatsächlich eine Sache, wo man sehr wohl, wenn man dann wollen, würde sein Gemächt hineinstecken könnte. Was natürlich keiner macht, weil das ist ja eklig, außer Mo. Aber die Story kann ich nicht erzählen, weil, ist ja auch egal. Ja, was ist das für ein Video, ich hab mich noch nie so von mir selber und meinem Content geschenkt, wie gerade jetzt, wirklich. Ah, alles klar, okay. Also, das sind ja alle sehr harmlose Bilder und das macht's irgendwie so spicy. Ja, auch an der Stelle steckt euer beste Stück nicht ins Schrecks Ohr hinein, denn da ist eine Menge Ohrenschmalz drin. Tatsächlich, es gibt sogar eine Szene, wo er, glaube ich, in diesem Sumpf aus seinem Ohr einen kompletten Riegel Ohrenschmalz zieht, den dann hinstellt und tatsächlich da dann auch, ähm, ne, eine Kerze draus macht. Kann ich jetzt, also, macht's einfach nicht, Leute, macht's einfach nicht, ihr steckt euren Penis nur da rein, wo ihr reingehört. Das ist so die Message des Videos. Educational Content. Bitte. Ja, äh, hier hat jemand eine Lego-Flashlight gebaut. Ähm, your thoughts stepping on them hurt. Also, ne Flashlight ist ne, äh, eigentlich ne Taschenlampe, das ist nur was ganz anderes. Das ist nämlich ein Sextoy an der Stelle und, ja, ich würde sagen, da ist es auf jeden Fall nicht angebracht, sein Gemächt hineinzustecken, denn, wie steht ja schon drunter, thoughts stepping on them hurt. Also, ihr dachtet, drauftreten tut weh. Ja, dann, äh, würdet ihr wahrscheinlich an der Stelle komplett, äh, vor Qualen und Schmerzen sterben. Ja, bitte macht's nicht. Tut's ein... Baut euch aus Lego keine Sextoys. Ist ein guter... Ist ein guter Rat. Kann ich nur so weitergeben. Lego spielen ja eh nur... Also, sollten ja eh nur Kinder spielen. Also, das ist auch blöd. Ich... Ich reihe mich immer weiter in die Sch*** rein. Ah, hier. Okay, ja. Ripped for my pleasure. Alles klar. Hier haben wir das Maul eines Fischs und, wie gesagt, das sind alles sehr harmlose Bilder, ja. Aber man muss sich halt immer vor Augen halten, dass Menschen denken, Mmh, vielleicht steck ich da jetzt mein Pimmel hinein. Und, äh, nein. Geht doch hin und habt keinen Sex mit Fischen, weil das ist auch falsch. Und, ey, ich bin so weirded out gerade. Ich weiß nicht genau, was das für ein Video ist, aber macht's einfach nicht, verdammt nochmal. Guckt euch das doch mal an, Alter. Das hat Zähne und so viele Schleimmembranen und so weiter und so fort und das Ding. Also, wenn etwas weh tut, dann ist es das. Das Ding sieht so fucking disgusting aus, Alter. Und ich kann irgendwie nachvollziehen, Fische sind einfach weirde Lebewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die schwimmen die ganze Zeit nur rummachen. Und, ja, irgendwie, also, ja, esst auch vielleicht keine Fische. Äh, ist das zu viel? Ich, Mann. Okay, don't. Yo, I got this girl you should meet. Okay, ich hör dir zu. Ja, die ist super down to earth und super thick. Also, die ist wirklich richtig nice. Hast du ein Bild von ihr? Ja, dann gibt's hier ein Bild von einem Baum und dann, please don't text me anymore. Also, schreibt mir bitte nicht wieder. Ja, auch an der Stelle. Steckt euren Penis nicht in Bäume. Also, keine Ahnung. Also, ich möchte, ich will wirklich nicht wissen, was die Statistik darüber aussagt. Oder wie groß die Statistik an Menschen ist, die ihr Geschlechtsorgan überreizt haben, indem sie es in verschiedenste Löcher hineingesteckt haben. Ähm, gerade uns Männern traue ich sowas einfach eher zu als Frauen. Klar, eine Karotte kann auch mal verschwinden bei einer Frau. Aber das ist eine ganz andere... Ich will auch gar nicht so einen Talk betreiben eigentlich. Wieso habe ich dieses Video gemacht, Mann? Ja, also, an der Stelle. Habt keinen Sex mit Bäumen. Das ist, das ist doch eine gute Aussage, oder? Ja, das kann man so sagen, glaube ich. Ah, hier. Grease and Cooking Oil Buildup in Pipe. Oh, ist das ekelhaft, Alter. Ist das widerlich. Okay. Das ist tatsächlich ein Rohr, in dem sich Fett und Öl vom Kochen ablagert. Ich glaube, dass das tatsächlich... Also, das tut ja tatsächlich auch niemand, oder? Da brauche ich auch, glaube ich, gar nicht sagen. Macht das nicht. Ich glaube, der gesunde Menschenverstand sagt, okay. Das ist das ekligste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Geht nicht hin. Und, ne, ihr wisst schon. Also, macht es einfach auch an der Stelle wieder nicht mit einem, mit einem Rohr. Äh, also, ja. Okay, das ist tatsächlich ziemlich traurig. Das mussten wir gerade ein wenig verpixeln. Ähm, ich möchte nur mal ganz kurz nach... Also, wir sehen hier einen ordinären Handtrockner von Dyson. Diesen Airblade. Ja, den gibt es in vielen Restaurants. Ist meiner Meinung nach ein sehr viel hygienischeres Ding, als wenn man diese komischen Föhne hat, wo gefühlt sich jeder Lepra- und Hepatitiserkrankte schon den Hoden drunter geföhnt hat. Das Ding ist relativ entspannt. Es gibt tatsächlich aber Leute, die pinkeln da hinein. Und das ist mein Ernst. Und ich habe das selber schon mal mitbekommen, dass Betrunkene nicht in der Lage sind, einen Föhn von einem Urinal zu unterscheiden. So, jetzt kann man da natürlich einen Aufkleber drauf machen. Man kann es aber auch einfach... Also, ich verstehe sowas nicht, dass der Föhn nicht andersrum ist, dass man seine Hände so da hineinsteckt, weil dann kommt man nicht auf die Idee, da rein zu pinkeln. Aber das ist eine komplett andere Geschichte. Da hatte ich ein sehr langes Gespräch mit jemandem darüber. Jedenfalls, an der Stelle, pinkelt nicht den Föhn und Elektrogeräte hinein. Oder steckt da nicht irgendwas rein, was nicht eure Hände sind. Weil, das ist halt dafür nicht gemacht. Und wenn ihr da reinpinkelt, dann seid ihr voller Pipi. Und das wollt ihr nicht, weil das ist eklig. Also, kommt ja drauf an, ob ihr darauf steht oder nicht. Aber ich finde es eklig. Ja, so viel dazu. Also, ne? Gut, dass dieser Aufkleber da drauf ist. Thomas, sowas können wir nicht reinnehmen, Alter. Das ist... Also, tut mir leid, das ist jetzt hier gerade verpixelt. Wir sehen hier ein Kuhherz, welches komplett ausgewaschen. Sieht aus wie ein Stück Fleisch. Aber es ist einfach so eklig, dass dieser Gedanke da ist, dass Menschen eventuell... Also, ne, ist zensiert. Braucht ihr nicht sehen. Seid froh, dass ich es euch erspart habe. Wirklich. Ja, glaube ich tatsächlich... Eigentlich ein ganz schönes Abschlusswort, aber wir sind noch nicht bei 10 Minuten angekommen. Von daher passt das. Also, packt eure Finger nicht dahin, wo ihr nicht euren Penis auch hinpacken würdet. Ist, glaube ich, ein ganz gutes Ding. Ich meine, normaler Mensch würde nicht unbedingt jetzt hier sein Genital dazwischen halten. Und ich glaube, dass auch eigentlich die Finger eines Menschen nicht dazwischen gehören. Ich meine, das sind zwei massive Stahlzahnräder, die womöglich wahrscheinlich alles, was da unten oder was hier oben an euren Fingern ist, kurz und klein machen. Und deshalb, auch an der Stelle, denkt einfach mit, seid Menschen... Wieso sage ich euch das? Halte ich euch für so dumm? Nein, ich halte euch nicht für so dumm, aber ich will euch was auf den Weg geben. Also, habt keinen Sex mit Zahnrädern. Das ist doch... Ist doch gut, oder? Ja, hier haben wir einen Oktopus und... Oh Gott, da sind Zähne drin, Alter. In diesen komischen Saugnäpfen sind Zähne drin? Oh mein Gott! Okay, wow, wow, okay. Noch ein Grund, Meeresbewohner nicht zu essen. Keine Ahnung. Also, das ist einfach nur seltsam. Ich, äh... Ja, weiß ich... Weiß ich nicht, weiß ich nicht, wer... Wer kommt auf die Idee folgendes, was wir schon die ganze Zeit hier erörtert haben, was ich aber nicht aussprechen darf, damit die Monetarisierung beibehalten wird. Ihr wisst, was ich meine. Macht's nicht, Leute. Macht's nicht, okay? Weil, auch das ist eine sch*** Idee, weil da sind Zähne drin und... Ja, es ist auch einfach ein Oktopus. Warum sollte die überhaupt? Ah, hier haben wir einen Zigarrenschneider. Da habe ich tatsächlich schon mal meinen Finger reingepackt und das ist kein Witz. Und, äh, mit Finger meine ich tatsächlich meinen Finger. Das tut weh, weil mein Opa hatte mal einen und da habe ich ihm ein bisschen mit rumgespielt, bis meine Mutter mir gesagt hat, Yo, wenn du jetzt hinfällst, damit ist dein Finger ab und die Dinger sind sch***, scharf. Also, spielt einfach auch damit nicht rum und, ja, keine Ahnung. Eigentlich hat man sowas auch nicht mehr zu Hause, weil kein Mensch raucht mehr Zigarren. Raucht doch einfach nicht. Es ist einfach ein Video hier, wo ich euch sage, was ihr tun könnt, um euer Leben zu verbessern. Also, habt keinen Sex mit dem Zigarrenschneider, raucht keine Zigarren und raucht generell doch gar nicht. Ist doch, ist doch voll cool, was ich hier mache, Alter. Ist doch nice. Plum Sweet and Begging for Cream. Oh, dude, am I supposed to f***? No. Das sind Erdbeeren. Ich meine, ja, die sind ein bisschen süß, ein bisschen dicker, eventuell ein bisschen thick, die Erdbeeren, und die haben Lust auf Sahne. Aber, ey, Gritschiko, es geht nicht darum, dass du Sex mit diesen Erdbeeren hast, sondern primär einfach, dass du die wächst und dann schneidest und dann machst du dir oben Sahne drüber und dann isst du die einfach wie ein ganz normaler Mensch eine Erdbeere mit Sahne essen würde. Und das ist das Ding, darum geht es, verstehst du, was ich meine? Warum müssen Menschen immer alles sexualisieren und mit allem versuchen, Sex zu haben? Das ist nicht cool. Florida Man Hospitals of a Sticking Penis in Beehive. Ja, 30-year-old Jim Bale was caught sneaking into a bee farm in the middle of the night. He claimed that he had sex with feelings for bees ever since his first viewing of the Bee Movie. Also, der Mann ist 23 Jahre alt, ist nachts in eine anliegende Farm reingesneakt, hat seinen Dödel rausgeholt, in den Bienenstock gesteckt und dachte, das wäre nice, weil er hat ja schon sexuelle Gefühle für Bienen gehabt, seitdem er den Film Bee Movie gesehen hat. Ja, keine Ahnung, das ist wirklich Next Level Retarded und ich glaube, an dem Punkt ist es einfach nur noch eine natürliche Selektion, dass solche Leute dann im Krankenhaus oder auf dem Friedhof landen. Es tut mir leid, aber da hört es auch für mich einfach auf. Das ist doch wohl, das, also, tut mir leid, ich bin raus. Gut, Thomas, und das können wir dann an der Stelle auch wieder zensieren, weil das, ne, das nehmen wir einfach gar nicht erst rein. Leute, ich würde sagen, das war's von diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet einiges lernen. Falls nicht, dann, ja, folgt mir doch auf Instagram, da gibt's weitere tolle Lifehacks und Tricks. Äh, ja, auf Wiedersehen, Leute, macht's gut, ne? Äh, tschüss!